Wir feiern heute den ersten Geburtstag unserer beiden Löwenjungtiere Latika und Makuti. Nach anfänglich turbulenten ersten Tagen haben sich alle sehr gut entwickelt. Die beiden Löwenjungtiere raufen und spielen auf der Außenanlage, erkunden ihre Umgebung und da ist auch jeder kleine Vogel schon interessant, ärgern natürlich auch ab und zu mal ihre Eltern, vor allen Dingen den Vater Aslan. Neben raufen, klettern, tollen und umherspringen machen natürlich die kleinen Löwen auch das, was Löwen üblich ist und zwar faul in der Sonne liegen. Wie an dem Geburtstag üblich gibt es natürlich auch Geschenke. Hier heute neues Spielzeug, damit es den beiden auf der Außenanlage auch nicht langweilig wird. Die beiden Jungtiere entwickeln sich sehr gut, sind jetzt schätzungsweise 75 bis 80 Kilo schwer und der kleine Makuti zeigt auch die ersten Anzeichen für seine Löwenmähne und ist deswegen ganz gut zu unterscheiden von der kleinen Katze Latika. Für die Zukunft alles Gute, viel Gesundheit und wünschen wir uns natürlich, dass wir uns weiterhin viel Freude bereiten.